Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Rilla Ahu Im November 2019 meldete sich Rilla nach einer langen Auszeit mit seinem neuen Album Platte wieder zurück. Knapp 5 Monate später kommt der Berliner nun mit einer neuen EP. Ahu beinhaltet Sextracks und keinerlei Features. Die EP kommt über Unikatmusik und erscheint als CD. Diloman Bis es klappt Das letzte Album von Diloman, Tech Tech, erschien im März 2018. Jetzt steht das zweite Soloalbum des Berliners an. Bis es klappt kommt mit 14 Tracks, Features kommen unter anderem von A Zero, Haftbefehl und Millionaire. Das Release kommt über Bis es klappt Records und erscheint digital. Samra, Chibrail und Iblis Ursprünglich sollte das Album im Jahr 2019 unter dem Titel Malboro Rot erscheinen. Nachdem es dann aber Probleme wegen des Album Titels gab und dann noch das Collabo Berlin Lebt 2 mit Capital Bra erschienen, wurde das Projekt auf längere Zeit verschoben. Chibrail ist der arabische Name des Erzengel Gabriels, der im Islam eine besondere Stellung hat. Iblis ist das arabische Wort für Teufel. Chibrail und Iblis kommt mit 22 Tracks und beinhaltet Features von Capital Bra und Elif. Das Album kommt über Urban und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren, schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, passt auf euch auf, ciao.